100.000 Besucher jährlich wollen auf der Burg Hanstein bei Bornhagen-Rimbach mit eigenen Augen sehen, wie einst die alten Rittersleut gelebt haben. Raubritter waren die Hansteiner nicht. Sie gehörten einem friedlichen Geschlecht an. Seit sieben Jahrhunderten erhebt sich über den Tal der Berra das imponierende Bauwerk. Es gilt als die schönste spätgotische Burgruine Mitteldeutschlands. Konzerte, das Mittelalterfest am 1. Augustwochenende und die Krippenausstellung im Advent gehören zu den Veranstaltungshöhepunkten in den historischen Mauern oder im Freigelände. Zu den prominentesten Gästen gehörten Achim von Arnim, Gottfried August Bürger, Alexander von Humboldt, Jakob und Wilhelm Grimm, Karl Friedrich Gauss, Heinrich Heine, Robert Koch, Max Planck und Kaiser Wilhelm II.